Musik Hi Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. In diesem Video zocken wir eine Runde im Multiplayer und ich muss dazu sagen, ich hatte noch nie so viele Kills wie in der Runde hier. Hatte drei doppelte Bombardierungen und war einfach super. Also es war eine super tolle Runde, also für meine Verhältnisse, also viel Spaß, eure Lissi. Nein, das ist wieder nicht geschafft. Was denn? Ja, reinzukommen mit noch in das... Ah, KSD, KSD. Hab den ersten Kill gemacht, hab den zweiten gemacht. Ja, KSD, was ist das? Ja, ich brauch einen Paladin, ja. Ja, passt so. Nein! Oh, ich hab nur die Drohne bekommen. Genau, wo ich mich umdrehe, ey. Ich hab gedacht, du kriegst mir Deckung, ja. Ey, ich schwöre, ich geh so nach vorne, will mich so umdrehen, dann wirst du da geholt. Ja, hast du da extra gemacht, ja. Ich bin mir da extra gemacht, ja. Ich bin mir da extra gemacht, ja. Ich bin mir da extra gemacht, ja. Wir haben den A gesichert. Boah, nein. OKR-T-Re, supporten sich immer gegenseitig. Ich bin mir da extra gemacht, ja. Ich bin mir da extra gemacht, ja. Nein Mauer 7 zu 3 Prozent negativ Prozent Nürnberg bis heute zur Halbaufgutung Prozent 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 über Charly vorliegen soll er auch vorgenommen werden ich schütze dich mit meinem leben ich war hier direkt vor seiner nase da ist ein sniper ich habe assist bekommen da auf dem dach pass auf oh mein gott sie wird weggesnippt ich auch der feind nimmt unsere drohne ist online gib mir b ich hab den pfeiler dient halt korrekt ne bombardierung oh nein ich hab ja die verkehrte klaste oh ja da passiert doch mal profis ich hab ja die ganze Zeit aber ich bin hier scheiß allein mal mehr und doppelte doppelten Bomber auf dem hoher ja was neugierst du es gibt ja wo bleibt man die Kürze meine bombardierung kommt gleich ich hab ein bespät oh 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 das war warte da war nur mein Name ja unten in einer Seite ja da war nur dein Name aber was die Leipziger gesprengt wird ich hab jetzt hier zehn auf einmal also hintereinander gekillt locker das den Zehner gesprengt normal wir müssen so ein bisschen wir müssen so ein bisschen wir müssen so ein bisschen arbeiten gehen mit geil ich hab's aufgenommen krass du musst mal mein Gequassel noch dazu weil ich mich dann wegschneiden oh dein Gequassel was ist denn sie wenn es wenigstens unser Gequassel wäre das ist nur mein Gequassel das ist nur mein Gequassel Bombardierung bereits okay ich muss mal eine Bombardierung, oder? geh auf C auf C hier sind ganz viele Moment Moment ja das ist C ich bin nicht A 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 es tut mir leid geht alle auf b Geht alle auf b OOO HOLY SHIT 15er nein das ist sehr f värld es hat sich selbst getötet ey das nehme ich auf kein scheiß kein scheiß boah das ist Glück Yay das lade ich auf meinen Kanal ey préfär das kein Selbstmord gewesen dann hätte ich locker 20er gehabt Ja bis davor war doch auch so, oder? Ja. Ey, das ist so geil hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist fast so dieses Oh mein Gott von DNA. Ja, ich hätte beinahe eine gehabt, ja. Pass mal, also stell dir mal vor, ja. Wäre das kein Selbstmord gewesen. Die, guck mal, die Runde ist fast vorbei, ja. Dann hätte ich in der nächsten Runde wieder eine Bombardierung gehabt und dann hätte ich eiskalt beinahe eine DNA gehabt, ja. Alter. Beinahe. Oh Mann. Ich lade das als Klipp auf the week. Na, was du da gerade gemacht hast, ja. Klipp auf the week. Ja, aber Klipp auf the week. Ja, man, ich bin total blöd, ey. Na, ich mache ich. Ja, hier selbst schon. Ja, also nichts magisches Insel. Nee, 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 da das bei jedem Dach ja. Das ist sogar Nico auch, was ich passiert. Er hat das Schwarm erreichen, B.U.2 und der war fast auf Nuklear und dann tötet sein eigener Schwarm einfach ohne Grund. trotz der guten leistung schafft gerne und ich schild guck mal so feine er hat höchstens der erste hat 12 12 und der Rest ist negativ und lesen so viele wo ich das verstehe es ist ohne witzig nach das so das ist einfach nicht mehr du hast zweimal die komplette leiste da und er hat mit deinem Namen ich lade ich schon auf der ich nehme das alles auf von den Kurs und dann so ein was los auch mann wäre das eben kein selbstmord gewesen das wär's das wär's crazy Aber du bist immer noch in der Aufwärmphase, ich merke es schon. Ja. Ist nur zum Aufwärmen, ne? Ja, ja. Das waren gerade die Low Streets, ein Krieg. Nein. Genau. Aber hier auf der Karte eine Bombardierung, ja, ist super, ja. Ripple. So, ich mach das WLAN an mein Indias. Schütz, Achtung, geschützt bei C auf dem Dachrum. Wohne. Und, naja. Oh, nee. Nein, von oben, der O-Ber. Oh, fucking Warbird, ich will rein, ich will rein, ich will rein, ich will rein, ich will rein. Will rein, ich will rein. Okay, gepackt. Fan, den Geschütz. Da auch einer oben drauf. Oh, nein. Ich bin wieder draußen, ich will immer wieder rein. Nee, ist doch, ähm... Hey, wann spawn ich? Da oben auf dem Dach. Hab den. Ich weiß, da sitzt einer drauf. Hey, links, links, langs, ab, small, hit, da unten. Nein. Oha, nein, er darf... Gut, er hat mich gar nicht bemerkt, dass ich da bin, das ist immer gut. Doch, er hat dich doch gesehen, dann habe ich ihn noch zu tun. Nein, wir sind blind. 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 Das soll nicht nur sitzen. Ja, das liegt an meiner positiven Bombardierungs-Aura. Einstellungen und so, ja, ich weiß. Alter. Fuck, ey. Alter. Ich wurde jetzt traumatisiert. Alter, alter, alter. Alter. Oh man, das war so geil, ey. Ohne will. Ich kann, ey, ich kann bestimmt tagelang nicht mehr schlafen können. So immer Albträume von deiner Bombardierung. So, ne, ne. Ja, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein. Oh, da hängt er da einfach in der Ecke, ey. Boha, Lissi, du hast du DNA, du setzt ein, genau, ähm, dann ist die Runde vorbei. Dann ist die Runde vorbei. Also, irgendwie jetzt hier in der Runde reißen wir gar nichts, ja? Ja, wir nicht, du. Nein, also, ja, ich reiß auch hier gerade gar nichts. Ja, ja, nein, doch, ja, doch schon. Ich bin gut. Oh, fuck, Sniper auf dem Dach. Ich sehe wieder. Bravo, wird gesichert. Mann. Miau. Miau. Mama, Mama. Mama, Mama. E.K.A. Alpha-Tiere. Ja, Motivation. Bei Ahok, einer auch auf den mittelnden Dach. Sind so noch Dachkämpfer, denn wir brauchen. Äh, ich bin zu wem, Angst, denn wir suchen. Da, bei WKF, einer. Gut. Bin auch ein B. Nein. Da kommt einer von Recht. Hat die nächsten. Gut. Wohnebrech. Hinten, 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 Hinten. Hinten, Hinten. Oh, Mann, Mann. Hat die zu viel aufgemacht. Was war man? Oha. Dippe. Systemhack. Ey, ich habe Vorbe. Ich habe Vorbe. Komm, noch, äh, noch ein Kill, dann, dann, äh, eine Bombardierung. Ich habe Vorbe. Bombardierung. Ich setze die sofort ein. Äh, wohin damit? Einfach dahin. Nein, ist mir egal. Triff. Wo bleibt die Bombardierung? Bombardierung. Komm mal hier. Komm mal an. Dein Ernst? Hast du wieder gerissen? Ja. Oh, Gott. Und trotzdem haben wir verloren. Womit dreimal? Das ist das gar nicht. Das ist das gar nicht. Dreimal Doppelbomber. Aber, egal. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Kills gemacht, ja?